Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leifeln Sie Schniedelwurz Haha Jaja Was Was ist da oben los? Warte mal Hallo? Hallo? Äh, was? Was ist denn hier los? Hä? 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 Was ist denn hier los? Ich muss jetzt mal schlafen Wegen Monster Hä? Was ist denn da oben los? Was? 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 Das hatten wir doch auch mal bei unserer Farm gehabt Was ist denn da oben los? Was ist denn da oben los? Wie heißt das? Äh, Shift drückt Und, äh, Mausrad bewegt Dann könnt ihr, äh, ähm, die Blöcke ändern Wie ihr da unten seht Das wollte ich nur mal kurz sagen Falls ihr euch fragt, äh, wie macht ihr das? So mach ich das So mach ich das Kommt mal her, ihr Pimworks Kommt mal her, ihr Pimworks Ja, heute wollen wir auf jeden Fall mal Arriba singen, was? Nein. So, wie machen wir das jetzt? Ich hau erstmal diese Wand hier raus. Ja. Okay. Musik Hier ist Treppe Das ist nicht eine Treppe, das ist eine Treppe So, ich müsste jetzt irgendwie hier so runterkommen Kommen wir runter So Mal kurz den Plunder hier Im Plunder mal hier reinpacken Das, was wir nicht brauchen So Ich hätte gerne hier eine Treppe Und eine Alter So So Das war schon mal scheiße Treppe So Wie weit Warte, ich muss mal ganz kurz was gucken Ähm Wie hoch Darf das denn maximal sein Fünf Oder vier Vier Fünf finde ich schon zu viel Ja Vier hoch darf die maximal sein So Das wollte ich nur mal herausfinden Dann haben wir hier schon mal zwei Bei Klappt also mit der Größe hier perfekt. Ja, das war schon zu viel. Egal. Hm. 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 Nützt nichts. Ich muss noch einen weiter rein. Ups. Ach. Hätte ich auch so lassen können. Ich muss nämlich noch einen weiter rein, weil es nämlich sonst mit der... ...mit der Oberwelt nicht klappt. Mit der Oberwelt. Herr Ober, ich will ein bisschen... ...wild der Welt. Und wir gehen... ...denk ich mal nicht in diese Richtung hier, sondern in diese Richtung. Das ist besser. Viel besser. Weil... ...ist so. Ne, weil wir dann nämlich, ähm... ...ne bessere Decke haben. ... ... ... ... ... ... ... Da ist unser Hosengranit. Mit den ganzen Dosengranit. Warum nicht gleich loser Granit? Boah, jetzt ist es aber gut. Hey, Bett. Na, wie geht's? Sag mal, ey. Bett? 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 Ha, ich trinke mal kurz was. Lecker Vanille-Cook. Ist keine Werbung. Ich trinke es nur halt gerne. Lebt damit. Ah, wie wäre. Irgendwie gefällt mir das nicht. Egal, ich mache erst mal die Küche. Also. Ich mache erst mal den Boden. Hier kommt dann eine Wand hin. Hier eine Wand. Und natürlich hier dann eine Wand. Ey. Ey. So, diese Größe könnte reichen. weil ich mich nicht so gut machen kann. Also, ich habe erst mal die Luft für alle. Ich werde jetzt nährgen. Ich werde nicht so gut machen. Ich werde nicht so gut machen. Und ich werde nicht so gut machen. Aber dann wird es sein. Dann gehen Sie in die Hand. Dann gehen Sie mal. So, und dann kommen Sie an? Ich drehen Sie mal. Dann gehen Sie mal, Sie gaan Sie mal. Was zur Hölle? Die Nachbarn sind in letzter Zeit so extrem laut. Ich hoffe, man hört es nicht. Die Poltern drin, Kühl, hier, Treppenhaus gerade so dermaßen rum, das ist unfassbar. Mehr Famili- äh, hier, äh, so ein Wohnblock kann ich euch nicht empfehlen. Meistens gibt es, äh, ein, zwei Nachbarn, die, äh, einfach nicht wissen, au, nicht darauf achten, dass auch noch andere hier leben. Na gut, ich bin aber auch laut, muss ich zugeben. Wenn ich hier aufnehme, zum Beispiel Rocket League, oh Gott. Rocket League war ich, ne, brr, meine Aussprache wieder. Rocket League bin ich immer so laut. Das ist mir selber schon peinlich. So. Man kommt hier rein. Man hat hier die Küchengeräte, sag ich mal. Also hier den Tresen. Also, äh, die Schränke sag ich jetzt einfach mal. Arbeitsfläche und so weiter. Hier hat man so einen Sitzbereich. Und hier geht's dann raus. Hier geht's dann raus auf die Terrasse. Hier haben wir eine, äh, eine ganze, komplette Fensterfront, sag ich mal. Genau, die komplette Wand hier ist dann, ja. Die komplette Wand ist dann hier, Küche. So, das bleibt hier. Das ist ja auch. Hier ist dann auch komplette Fensterfront. Hoppala. Entschuldigung. Cola. So, jetzt will ich mal was versuchen. Hey. Hey. Lass mich wieder rein. Oh, das ist perfekt. Genau das wollte ich haben. Hervorragend. Ach so. Ach, hier war ja eh komplett. Fenster. Äh, hier hat Tür. Hm, hm, hm. Hm, hm. Habe ich die Fenster hier? Ja. Die, da hätte ich dir gerne. Zwei Türen. Und zwei hiervon. Hm. 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 Boah, sieht das geil aus. Boah, sieht das geil aus. Hm. Äh. Wolle ich nicht irgendwo noch, äh... Äh, hast du hier ein Doppelglas hingemacht? Nö, sieht nicht so aus. Alter Schwede. Ach ja. Ach, ja. Huh? Hm. Ah. Das war's. Ich muss mal eben hier so reinbuddeln. So. Oh. Ah. 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 Schön, schön, schön. Ah. Der Baum hier muss auf jeden Fall weg. So, dann sollen wir mal schnell nochmal schlafen gehen. Ah. 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 Ich glaube ja, ich kann es nur gar nicht erkennen. Oh, ja, 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 ja. Oops. So. Ich hätte gerne hier eine Stütze. Und dann hätte ich gerne hier unten noch eine Stütze. Und zwar genau hier. Ja. Tut mir leid, Bäumchen, aber du musst leider weichen. Eigentlich müsste ich hier komplett nochmal terraformen, weil... Obwohl, nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Das bleibt alles so wie es ist. Musik 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 Hier muss einfach Glas hin Musik 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, zu laut, sorry. Ja, ja, ja. Ach, das war jetzt... Ja, nein. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.